Die Spanische Sport und die Mundo Deportivo, beides Barca-nahe Zeitungen, berichten übereinstimmend, dass der Vater von Erling Haaland, Alf Inge mit Starberater Mino Raiola, am Donnerstagmorgen in Barcelona gelandet ist. Die Mundo Deportivo veröffentlichte sogar ein Video der kleinen Reisegruppe. Den Berichten zufolge wurden die beiden am Flughafen von einem Vertrauten von Juan Laporta in Empfang genommen, seines Zeichens Präsident des FC Barcelona. Die Sport berichtet weiter, dass ein Treffen zwischen Laporta, Raiola und Haalands Vater im Gange ist. Der FC Barcelona gilt schon seit einiger Zeit als sehr interessiert an einer Verpflichtung von Haaland. Raiola und Laporta gelten als Freunde, daher macht man sich in Barcelona große Hoffnungen auf einen Deal rund um Haaland, seit Laporta Anfang März zum Präsidenten gewählt wurde. Bayern München soll Heung-Min Son ins Visier genommen haben und bereit sein, ein Jahr zu warten, um ihn von Tottenham Hotspur zu holen. Das berichtet Football Insider. Die Münchner werden demnach auf die Vertragssituation des Südkoreaners in Nordlondon aufmerksam, nachdem er kurz davor stand, sich auf einen neuen langfristigen Kontrakt zu einigen. Laut dem Portal soll dem 28-Jährigen ein Fünf-Jahres-Vertrag im Wert von mehr als 235.000 Euro pro Woche angeboten worden sein. Laut des Berichts könnten die Bayern ein Jahr abwarten, bis die Vertragslaufzeit des Stürmers bei den Spurs nur noch ein Jahr beträgt. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2023 und der Premier League-Klub soll kurz davor stehen, Son zu verkaufen. Laut Sport1-Informationen laufen momentan allerdings keine konkreten Gespräche zwischen dem FC Bayern und Son.